jetzt passiert das wo ich kam dachte ich es kommt was jetzt aber jetzt ist es genau auf dem weg zurück und wer bist du ein riesen besiegen das war knapp eine schwache aua eine schwachstelle natürlich hat der bürmer also müssen weiß ich schon wo wir darauf schießen müssen ist das erinnert mich auch schon wieder an über 5 diese riesen unser wolf die wir gerettet haben ich hoffe er überlebt unser wolfie so gefällt mir das Oh, 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 weg, 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 weg. Zweite Mal. Oh, oh, oh. Volltreffer. Oh, scheiße, Mann. Beinahe wäre ich als Briefmarschel geendet. Silberdiamant Cutter dualisiert. Danke, Kumpel. Danke, buddy. Wir sehen uns, Leon. Wir können die ganze Zeit nicht zurückfallen. Weil wir den Boss noch nicht getriggert haben. Okay. 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 Naige Scheibe. T-Munition. Das Kraut. Da ist nochmal das Symbol. Ah, hier ist doch was. Kleiner Schlüssel. Puzzle. Moment. Gut, dann machen wir jetzt das Puzzle. So. So. Ich finde das ziemlich easy. So vorhersehbar, wie man das machen muss. Ashley, bist du hier? Warum sollte sie hier sitzen und warten? Die wird schon gefesselt sein oder so. Ashley? Ashley Graham, bist du hier? Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Schäfe! Schäfe! Na toll. Ich bin auf Befehl des. many of you. Sie bringt ihren Seelen... ...Erlösung. Sie wurde auch infiziert, genauso wie Leon. Sie hat auch immer diese Visionen. Das ist doch mal ein guter Cliffhanger für das nächste Mal. Ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle.